Jahr 2015, erste Session. Der Flo ist draußen jetzt. Ich bin nur zu Besuch, weil ich leider keine Zeit habe. Ich hoffe, das ändert sich noch. Das Wetter passt eigentlich. Wir haben den Baddorf in knapp 15 Grad. Das Wasser hat 5. Der Wind ist ziemlich stark, aber es passt eigentlich alles ziemlich gut. Die Hände klappen. Ja, wie gesagt. Das Flo ist nun eine Weile hier schon. Was ist das denn gut draußen? Also ich hoffe, heute wird es schon überlegt. Herzlich gedacht. Einer auf Tigernuss. Da habe ich drei Stückchen drauf. Ganz normales Online-Montage. Und auf der anderen habe ich 20mm-Fülle drauf. Von Gulb, Tulans Weiß. Ja, bis jetzt hat sich noch nichts gemeldet. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ja, eigentlich mal wieder schön mal wieder draußen sein. Mal nach 10 Monaten mal wieder. Ich bin leider nicht mehr rausgekommen. Wo ich schon mal raus wollte. Dann hat es angefangen zu schneien. Dann ist dort Teich zugeboren. Und ja, bis halt kommt. Ja. Naja, wir wollten eigentlich zu viel Wärter zusammen. Wenn was geht, melden für uns. Wir sehen uns im Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020